Frau Sorgenfrei, eine Unternehmerin aus Mittelfranken, hat im Ausland eine qualifizierte Fachkraft gefunden, Herrn Nabil aus Ägypten. Doch wie holt sie ihn jetzt zügig nach Deutschland? Im IHK Magazin Wirtschaft in Mittelfranken hat sie vor kurzem vom IHK Service internationale Fachkräfte gelesen. Vielleicht kann der ja helfen. Genau die richtige Adresse. Ein Anruf genügt und schon bekommt sie eine Antwort. Der schnellste Weg, eine Fachkraft nach Deutschland zu holen, ist das sogenannte beschleunigte Fachkräfteverfahren. Es ist geeignet für Fachkräfte mit Berufsausbildung, Fachkräfte mit Hochschulabschluss und Auszubildende. Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens können Menschen aus dem Ausland schnell ein Visum bekommen, das Voraussetzung für die Einreise und Arbeitsaufnahme ist. Kürzere Bearbeitungsfristen bei den beteiligten Behörden sollen das Ganze beschleunigen. Das Verfahren kostet 411 Euro, unabhängig ob der Antrag bewilligt oder abgelehnt wird. Aus diesem Grund ist eine umfassende Erstberatung enorm wichtig. Hier kommt der IHK Service internationale Fachkräfte ins Spiel. Bei einer Erstberatung wird Frau Sorgenfrei genau erklärt, wie das Verfahren abläuft. Zudem erfährt sie, welche Dokumente sie einreichen muss. Eine zentrale Voraussetzung für das Verfahren ist, dass die ausländische Berufsqualifikation anerkannt wird. Da Frau Sorgenfrei die Qualifikationsnachweise von Herrn Nabil schon zum Erstgespräch mitbringt, kann der IHK Service schnell einschätzen, ob das beschleunigte Fachkräfteverfahren in seinem Fall gute Erfolgsaussichten hat. Entweder noch im Erstgespräch oder zügig nach einer internen Prüfung. Im Fall von Herrn Nabil ist mit einer vollen Anerkennung zu rechnen. Er erfüllt auch alle anderen Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren. Der IHK Service spricht daher eine Empfehlung aus. Im nächsten Schritt sammelt Frau Sorgenfrei die weiteren erforderlichen Dokumente und schickt sie an den IHK Service. Der IHK Service hat mit mehreren Ausländerbehörden in Mittelfranken eine Kooperationsvereinbarung und kann sich daher im Auftrag von Frau Sorgenfrei um das Verfahren kümmern. So hat Frau Sorgenfrei die Sicherheit, dass alle Unterlagen korrekt bei der Ausländerbehörde eingereicht werden und hat mit der IHK immer einen zentralen Ansprechpartner. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, erklärt die Ausländerbehörde vorab, ihre Zustimmung für ein Visum. Es kann jedoch sein, dass die Berufsqualifikation im Anerkennungsverfahren nur teilweise als gleichwertig eingestuft wird. Dann wird sich die ausländische Fachkraft in Deutschland noch weiter qualifizieren müssen. Dafür wird ein Plan gemacht. Der IHK Service erstellt diesen Qualifizierungsplan und begleitet später auch die Qualifizierung. Alles geklärt? Dann sendet Frau Sorgenfrei die Vorabzustimmung der Ausländerbehörde an Herrn Nabil und er kann damit ein Visum bei der zuständigen Auslandsvertretung in Ägypten beantragen. Hat Herr Nabil das Visum erhalten, kann er nach Deutschland einreisen. Frau Sorgenfrei begrüßt Herrn Nabil persönlich am Flughafen. Sie freut sich, ihre erste internationale Fachkraft erfolgreich nach Deutschland geholt zu haben.